Das ist Kupfer, das ist eigentlich keine Kupferfehle, aber das wollen wir auch haben. Okay, ich danke. Ja, das ist vier Kupferlinge. Das Holzstückrücken muss ab, das können wir einfach anziehen. Dankeschön. So, ich bin leer. Wer kann machen? Eure Frau darf niemals baden. Wasser, Wassertücher. Ich danke euch, ob ihr das schafft. Und dann setzt ihr euch zusammen und du zeigst mir, wie ich hinterlässt. Ja, das ist eine rechtliche Frage. Scheint niemanden sonderlich zu interessieren. Vielleicht hat er seinen Soll-Ausgabe-Abrechnung bekommen oder so. Ich kann doch nicht im Dienst schlafen. Ja, ich weiß nicht recht. Mich halt nicht auf. Vielleicht braucht er die Hilfe der Seelenschwieder. Ja, ja, ja. Das ist aber... Ja, dann halte ich ihm fest. Ich mach mal in den Halt. Ach, das brauchst du gar nicht. Ja, weißt du, ob die junge Dame überhaupt bei diesen komischen Dings da auftauchen will. Die ambientig in einem Plastik-Strohhalm-Gluck wird. Irgendwas muss ich halt auftreten. Ist schon klar, dass das bei YouTube landet, oder? Kann ich auch mitnehmen? Boah, das war jetzt die abendliche Eigentliche. Ist dann so. Komm gleich wieder. Sie waren überlegen, welche Feder passen würde, weil zu groß, hier, hinterm, hinterm Haar, weil da sieht sie aus wie ein Indianer. Ich sag, die haben ja auch noch kleinere. Was sind denn Indianer? Da fragt ihr sie am besten, was Indianer sind. Wenn man die Kamera ruhiger hält, das wird den Leuten nicht so schnell schlecht. Also ich denke darüber nach, wenn ihr mich entschieden habt, dann kommt wieder. Das ist auch eine besondere Einstellung. 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 Musik 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 Das war's, ich kann das Video. Oh! Das ist die Bordverklopfer. Es sind 360 Grad, kommen wir da. Ja, deswegen bist du auch gerade mitgevideot. Damm! Besucher und Bewohner von Alderach, höret die Nachricht meines Herrn, da die liebreizende Dame Belmea von Goldberg, widmet seiner hochgewogenen Gerald von Goldberg, Freiherr von Edelbach, welcher bedauerlicherweise viel zu früh verstarb. Nun, nach zwei Jahren der Trauer nach einem neuen Edelgemeinsatz fordere ich standesgemäße Junggesellen auf, im braunen Lager bei der Botschaft von Karkas vorstellig zu werden, um der Wertendame Belmea ihre Aufwartung zu machen. Ich, Morag Schwarzburg, Graf von Pahlsgrund, Hoard Protektor von Werten und Botschafter seiner hochrüstlichen Hoheit, Baras, Umag von Karkas, als ihr gesetzlicher Vormund, werde alle Bewerber messen und biegen und jene, die ich als würdig erachte, erlauben, die werte Dame zu umwerben. Der K Symphony ist eine große Stachtse-Land und Tan sobre plastische Gemini. Der Weg zum Jena die Vormund, ist ein Randalöser. Ich würde mich beim Mitternacht zu übernommen. Er lunchen mit. Er macht ein Randalöser und Zelle, ist ein Randalöser. Die Vormund ist ihm vom Randalöser. Er ist zeitig. Er war zum Jena die Erachter und Tanz. Der Weg zum Jena die Vormund. Sander bagnere Vormund. Er war für situations, die Vormund. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Ja, doch. Ja, doch. Ja, ich kann gar keine höheren. 16. Weiten hast du gefrischet. Wo?